Die iranische Fluggesellschaft Mahan Air verliert ihre Betriebserlaubnis in Deutschland. Begründet wird das Regierungsquellen zufolge mit Sicherheitsbedenken und der mutmaßlichen militärischen Nutzung der Flugzeuge. Mahan Air fliegt in Deutschland, Düsseldorf und München an. Schon länger ist Mahan Air auf einer Sanktionsliste der USA. Die US-Regierung wirft der Fluglinie vor, Kämpfer und Waffen nach Syrien zu transportieren. Erst kürzlich hat die EU neue Sanktionen verhängt. Vorgeworfen werden dem Iran der Mord an zwei Regimekritikern in den Niederlanden sowie Anschlagspläne in mehreren europäischen Staaten. In Deutschland war außerdem ein mutmaßlicher iranischer Spion in der Bundeswehr aufgeflogen. Irans Regierung wies die Vorwürfe zurück.